Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um Late Night, einen Film, den ich letztes Jahr bereits gesehen habe, also es ist schon eine Zeit her. Damals hat es allerdings diesen Kanal noch nicht gegeben und heute Nachmittag entdeckte ich, dass es diesen Film bereits auf Netflix zu streamen gibt. Und habe mir gedacht, das ist doch eine schöne Sache, einmal eine Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher über diesen Streifen zu sprechen. Zudem habe ich nämlich auf dem Kanal und generell in meinem Filmpodcast noch nichts gesagt und deswegen, ja, warum machen wir das nicht jetzt? Also, wir begegnen in diesem Film der Catherine Newbury. Sie ist Gastgeber einer recht erfolgreichen Talkshow, Late Night Show, Tonight with Catherine Newbury heißt sie. Ja, und irgendwie funktioniert das nicht mehr so. Also, es ist grundsätzlich jetzt nicht unerfolgreich, aber die Quoten sind so im stetigen Sinnflug und ihr haftet so ein bisschen der Ruf an, sie mag generell, also als Frau, mag sie nicht so unbedingt Frauen in ihrem Team haben. Und sie hat dann eine Idee, es stellt sich nämlich mit der Molly eine weibliche Autorin bei ihr vor. Also, die möchte gerne in ihr Team kommen. Zuerst möchte sie eigentlich nicht so ganz gern, dass sie da reinkommt. Trotzdem hat sie dann eben so die Eingebung, das könnte man machen, es ist vielleicht, ja, vielleicht marketingtechnisch gar nicht so schlecht, dass das so passiert. Und, ja, die Molly erweist sich als sehr talentiert, was Gag-Schreiben angeht, was Ausrichtung in der Show, ja, auch angeht. Trotzdem vermeidet die Catherine sie so in der Öffentlichkeit wirklich ein bisschen zu positionieren. Und dann passiert Folgendes, ja, die Quoten gehen leider immer weiter hinunter und es schaut so aus, als wenn die Show generell gecancelt werden würde. Und, ja, somit liegt jetzt dann wirklich die Verantwortung an der Molly, sich zur, ja, zur leitenden Persönlichkeit hinter den Kulissen irgendwo hinauf zu arbeiten, um die Show dann doch in irgendeiner Art und Weise zu retten. So, ich sage es gleich von vornherein, das Highlight in dem Film, also wirklich das, was den Film irgendwo auszeichnet, ist die Emma Thompson. Die ist so cool in der Rolle und das ist tatsächlich genauso eine Rolle, wenn man sich so wieder, Typecasting vorstellt, also mit welcher Person könntest du jetzt diese Catherine Newberry besetzen, dann ist tatsächlich die Emma Thompson genau die, deren da einfällt. Sie ist in gewissen Szenen sehr ernsthaft, sie hat aber genügend Selbstironie mit im Gepäck, dass das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Also da glaubt man die Rolle und das ist tatsächlich das absolut Wichtigste in dem Film. Man muss ihr diesen Talkshow-Host oder diesen Late-Night-Host irgendwie abkaufen und das gelingt ihr dann wirklich gut. Das Skript-Ansicht-Drehbuch, viel Überraschungen bietet es an sich nicht. Also hat man schon einmal einen so einen Film gesehen, hat man auch den gesehen. Mit Ausnahme von einer Story-Wendung, die dann im letzten Drittel passiert, wo dann der Film noch einmal versucht, das große Drama auszupacken, gelingt jetzt nicht unbedingt ganz auf den Punkt, aber man versucht halt. Der Rest allerdings ist sehr, sehr klassisches Hollywood-Kino, ist aber unterhaltsam. Das muss man wirklich auch in dem Fall sagen, das haut dann am Ende dann schon hin. Also es ist bei Weitem dann nicht so, dass das in irgendeiner Weise langweilig oder fahrt oder irgendwie blöd wäre, sondern das haut dann schon hin. Was jetzt hinter diesem Film steht, ist natürlich eine ganz klare Intention und eine ganz klare Message. Das ist auch für Leute, so nur mit einem halben Auge hinschauen, schon relativ klar, wohin der Film will, beziehungsweise welche Story uns der Film grundsätzlich erzählen möchte. Das ist alles total aktuell, das ist alles total wichtig, auf jeden Fall. Was ich dem Film allerdings wirklich vorwerfe, ist, der Film heißt Late Night. Der Film ist aber nicht Late Night. Der Film ist eine relativ zahme Darstellung des Showbusiness. Da hätte ich mir dann wirklich gewünscht, dass man dem Namen gerecht wird und da mit richtiger, voller Härte und vollem Biss draufhaut. Das wäre echt ein Film gewesen, man R-Rating kriegst in den USA relativ schnell, ein bisschen Flurchen da, ein bisschen Flurchen da und das hätte ich mir dann tatsächlich gewünscht bei dem Film, dass man da wirklich drauf geht. Das hat auf unser Rating da überhaupt keine Auswirkungen. Also bei uns wäre er dann wahrscheinlich trotzdem mit zwölf durchgegangen. So ist es aber ein Nuller und das ist teilweise wirklich einfach ein bisschen zu lieb. Das ist wirklich schade, weil da hätte man sich den Mut gewünscht, wirklich gewisse Äußerungen einmal den Menschen in diesem Film einen Mund zu legen, die dann einfach einmal zünden. Die dann auch wirklich die Ernsthaftigkeit und das wirkliche Meister einmal auf den Punkt bringen. So, naja. Noch dazu versucht dann der Film am Ende dann auch noch ein bisschen eine Liebesgeschichte hineinzustreuen. Das wirkt, das wirkt auch noch so irgendwie, das brauchen wir jetzt auch noch, damit das dann auch noch stimmt und damit die Box dann auch noch für die Leute, die wegen dem ins Kino gehen, auch noch hinhaut. Ja, da fällt aber bei der Liebesgeschichte für mich einfach der komplette Backdrop. Also das ist dann tatsächlich das, dieser emotionale Anker fällt mir dann einfach. Ich glaube das nicht. Das ist dann, für das ist dann der Film wahrscheinlich einfach um 10 Minuten, Viertelsturm zu kurz. Das geht dann einfach alles viel zu schnell und das ist einfach abgearbeitet. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, der Film an sich ist echt unterhaltsam. Der macht Spaß, den kann man sich auch gern öfter anschauen. Dafür eben, dass das ein Writers-Debut ist und ein Lead-Actress-Debut, ist das durchaus okay. Das kann man so machen. Es ist halt einfach, und da kommen wir jetzt zum Fazit, ein Feel-Good-Movie. Und ein Feel-Good-Movie ist tatsächlich nicht das, was ich mir von dem Film erwartet habe. Trotzdem gebe ich dem Film an, weil das auch unterhaltsam ist. Und deswegen bekommt er von mir 6 von 10 möglichen Punkten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kriegt er den Punkt über den Durchschnitt wirklich nur wegen der Emma Thompson. Das muss ich wirklich sagen. Weil wenn sie nicht funktionieren würde, dann glaube ich den ganzen Film nicht. Und dementsprechend wäre es dann auch die Absurdung geführt. Aber so, ja, es sind ein paar Szenen sehr, sehr schön geschrieben. Er ist vor allem echt kompetent gemacht. Das kann man dem Film wirklich nicht wegnehmen. Er geht mir halt einfach nur ein bisschen zu sehr auf Nummer sicher. Das ist dann an der Stelle vielleicht wirklich schade. Für mich persönlich war es so. Trotzdem, wenn ihr Late Night nicht kennt, auf so eine Art von Filme grundsätzlich steht es, dann kann man sich den wunderbar anschauen im Moment auf Netflix. Damit darf ich mich dann aber auch schon wieder ganz herzlich bedanken für das Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao. Piat euch